so damit dieses plateau auch mal fertiggestellt wird dieser diese zweite etage des kellers der keller des grauens ja der keller des grauens so wird so werde ich es nennen so wird es auch weiter was 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 ist hier spawner oder was hier ist ein spawner entweder ist hier echt ein spawner oder es ist etwas eingedrungen wo war war was wo kommst du her du scheiß fiet ach die können sich da hochhangeln aber das spiel ist so scheiße ich werde gerade nur getrollt gut man erfährt also immer mehr man lernt nie aus und das ist auch gut so habe ich noch eine hacke haben wir nicht haben wir nicht ist das scheiße nein nicht noch eine nicht noch eine uah shit 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 hörst du wohl auf damit du scheiß fiet warum sind hier so viele spinnen ich habe mir so eine super stelle wahrscheinlich rausgesucht au au ich gehe schlafen au au ha 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 nein nicht noch so eine spinne ja verbrennen ist mir doch scheißegal das mache ich erstmal schwerter um mich dann später selbst noch zu verteidigen oh man oh man so ich brauche ich brauche ich brauche äh 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 mehr von euch und man sollte die teile auch wieder ausrüsten aber ich ich sollte jetzt erstmal eigentlich schweine schlachten hallo grieber was ah ich muss mir etwas als verteidigungsanlage überlegen definitiv ja den Kripo sieht man nicht ist er ins Wasser gefallen oder was ist ah du 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 oste aufgeblasenes etwas Puh Ashley ich brauch Schweine ich brauch was zu fressen Schafe nein ich will keine Schafe essen bestätsel Der wollige Geschmack. Niemals. Äh, hier. Noch ein Creeper. Wow, wow, wow. Kann der so explodieren? Wenn ja, bin ich gefickt. Genau wie die Umgebung. Nein, aber er lässt was fallen. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt will ich hier auch gern wieder raus. Machen wir das mit dem Schwert? Ist mir auch scheißegal. Ah, Schweinsche. Ich brauch Schweinsche. Ich brauch was zu essen. Miam, miam. Wo seid ihr? Nyang, nyang. Nyang, nyang. Ach ja, hier hab ich ja auch... Genau. Hier war ich, schau mal. Schweinsche. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Viecher sind. Hier ist alles total tot. Warum? Wasser. Bambus. Hat das auch etwas damit zu tun, wie grün das Gras wirklich ist? Das weiß ich leider nicht. Darum geh ich weiter. Da ist was! Aha. Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Hier, zahlt Tribut. Zahlt Tribut. Ihr drei. Ich bin euer Wegelagerer. Aha. Gehen wir auf Nahrungssuche. Bevor es Nacht wird. Wo steht denn die Sonne? Die sieht man wieder nicht. Na, Scheiße. Bären, oder? Nee. Zahlt Tribut. Ihr zahlt auch Tribut. Wie die anderen. Tribut. Federn. Tribut. Ich bin der Wegelagerer. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir. Ach so, ihr könnt mir gar nicht mehr geben. Ah, Scheiße. Das passt ja wie die Forst aufs Auge. Und auf dich. Puff. In Minecraft kann man ja Zauberer spielen. Okay, das geht nicht. Dann vielleicht mit dem Abstand. Ja, das geht. Was zum... Ach, das verbraucht mehr? Auch gut. Nahrungssuche geht weiter. Bapam, 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 bapam. Was haben wir da? Ah. Braune Wolle. Oder? Bist du braune Wolle? Ja, du bist braune Wolle. Fein. Aber jetzt will ich... Schwein! Schwein! Komm her! Ah, Scheiße. Nahrungssuche! Bapam, bapam, bapam. Ich finde die Musik klasse gemacht. Muss ich ehrlich mal sagen. Das ist wunderbare Arbeit, die die gemacht haben. Die Leute von Overclocked Remax. Wasser. Also, die Wand sieht ja auch ganz interessant aus. Aber sind wieder mal keine Viecher hier. Was soll das? Ich brauch... Ich hab Hunger. Also, jetzt auch wirklich. Ah, jetzt sagt... Sagt mir nicht... Hier ist ein Spawner. Nee, es sieht aber so aus, als wäre dann... Ein dicker... Ein dicker, dicker Creeper explodiert. So. Drum and Bass. Ah. Kohle. Gut. Warten wir sich keine Angst. Machen. Dass da irgendetwas drin ist, vor dem man Angst haben sollte. Aber... Ich merke schon wieder, es wird, glaube ich, langsam wieder dunkel. Muuu. Ja. Aus deiner Haut kann man auch nichts essen. Bist nämlich zäh wie Leder. Eieieiei. Eieieiei. Wupp, wupp. Ach, ja. Schweine! Sogar zwei! Haha, kommt zu mir! Gebt Tribut! Hier! Ich bin euer Schöpfer! Gebt mir alles! Ja, zwei... Verdammt. Äh. Kann man Sachen so abwerfen? Muss ich so machen, nicht? So, so. Wo, wo bist du, Kollege? Da! Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Oh, ja, ja. Die können wir auch noch eben schlachten. Dann machen wir aus denen nämlich... Mööö. Mööö. Wär aus. Wieso? Ich hab doch... Mööö. Ich hab die vorhin auch nicht aufgenommen. Hab ich recht? Eing. Ach, scheiße. Da machen wir gleich aus denen mal Rüstung. Damit ich mal etwas mehr aushalte hier. Habt ihr mal dieses Race gespielt bei... Oh, es wird dunkel. Bei Final Fantasy 7 dieses, ähm... Wo ihr mit dem Motorrad umherfahrt. Habt ihr das mal gemacht? Auch später in Goat Sousa. Wo das ja als kleines Minispiel ist. Genau wie die anderen Sachen. Zum Beispiel Snowboard fahren. Huuu, ich bin müde. Aber ich fühle mich nicht müde. Dann steigen wir gleich schnell mal ins Bett. Bevor wieder... Ich muss mir als Verteidigungsmaßnahme noch irgendetwas überlegen. Ja. Egal. Wir steigen nun ins Bett. Und dann sag ich... Gute Nacht, liebe Leute. Ich weiß ja nicht, zu welcher Uhrzeit ihr das hier immer wieder seht. Aber wir haben hier gerade Viertel nach Acht. Das heißt, ich werde schnell runtergehen, mir etwas zu essen holen. Und werde mich dann mal um die häusliche, ähm... Abwehrabwehranlage bemühen. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft Bita! Auweep!